In diesem Video geht es um Peter Ilyich Tchaikovsky. Ich erkläre dir, wer Tchaikovsky war und welche genialen Werke er trotz vieler persönlicher Probleme komponiert hat. Peter Ilyich Tchaikovsky war ein russischer Komponist im 19. Jahrhundert. Er gehörte zur Epoche der Romantik und lebte im russischen Kaiserreich. Er komponierte vor allem Werke für Klavier oder für das ganze Orchester. Außerdem ist er für Ballettmusik bekannt. Tchaikovsky wurde 1840 in Wutkins, einer Kleinstadt am Uralgebirge, geboren. Sein Talent wurde schon früh entdeckt. Er erhielt Klavierunterricht. Tchaikovsky arbeitete zunächst als Beamter. Er verdiente zwar gutes Geld, fand diesen Job aber langweilig und widmete sich immer mehr der Musik. Er lernte beim Komponisten Anton Rubinstein und wurde Lehrer am Konservatorium in Moskau. Zu dieser Zeit begann er selbst zu komponieren. Später arbeitete er als Musikkritiker. Tchaikovsky litt an Depressionen und wurde oft als Einzelgänger beschrieben. Er war homosexuell, was aber zu dieser Zeit geheim gehalten wurde. Er führte eine eher unglückliche Ehe und starb 1893. Ob er an einer Krankheit starb oder sich selbst umgebracht hat, wurde nie geklärt. Neben seinen Opern sind vor allem seine Ballette Schwanensee und Nussknacker bekannt. Er komponierte Sinfonien und Klaviermusik. Sehr bekannt ist auch sein erstes Klavierkonzert. Bei einem Klavierkonzert wird das Klavier vom Orchester begleitet. Musik Das Klavierkonzert wird das Klavierkonzert.